Hallo und herzlich Willkommen zu einer Folge Battlefield 3 mit mir, dem Bastian. Ich spiele mit der F2000 mit Aufnavisierung Frontgriff schwerem Lauf, der Rex, der M320 und Granaten. Gerade noch Battlefield. Vier aufgenommen, ganz andere Steuerung. Fuck it! Und ich merke, dass die Steuerung doch ziemlich anders ist. Mal sehen, ob ich jetzt hier noch was reißen kann. Wenn ihr mal alle in den Tod rein. Fuck it, da lach einer. Was ist jetzt diese typische Camper-Position, wo alle meine Freunde campen? Scheiße, wenn du markiert bist, mein Freund. Das ist mies für dich. Das war hier mal hoch. Das war hier mal hoch. Das war gar nicht. Fuck. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schade, schade, schade Schokolade. So, ähm. Testen wir mal die hier. MP7 mit Rohpumpisi Laserpoint und Magazinerweiterung. Go, go. Wäre erstmal ordentlich daneben gepflatzt, ey. Oh nein, du Pisser. Ich hab nur diesen roten Laser gesehen, oder? Ja. Fuck it. Ich kann nichtmals einen Schuss platzieren. Das ist doch nicht wahr. Ähm. Da war... Na ja, probieren wir mal das nächste Setup. Das ist eine M40 mit Holo. Gerade Zugverschluss. Und den... Laser. Ach, komm schon. Überall nur so Blödmänner, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist das, was ich verurscht? Nachdem. Laufen wir mal einmal hier durch die Gegend und suchen mal uns einen Gegner. Boah, fuck. Ich bin fast down. Schiebt die. Und die Granate fickt mich natürlich noch im Vorbeigehen. Ich treffe heute gar nichts. Gucken wir mal. Warte, der hält einen Schuss von einer Kaliber 50 aus. Was ist der Drogen? Und der denn, ey? Sollte ich mich vielleicht auch lieber verkampen? Aber ich ziehe wenigstens noch einen mit dir, aber... Aber ich ziehe wenigstens noch einen mit dir. Oh, dann kam wieder einer von hinten. Oh, hä? Hä? Warum Selbstmord? Ach, ist mir egal. Hier haben wir die M4A1. Die mag ich auch sehr. mit dem Reflex-Rundgriff und der Attack-Lite. Oh, Kunz, lass mich doch wenigstens um die Ecke laufen. Bitte. 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 Da hatte ich keine Muni mehr im Magazin. Fuck it. Ach, kommt schon, ey. Was ist denn heute los? Ich treffe heute gar nichts im BF3. Ist ja der Hammer. Ja, ich spiele auf der Xbox. Das haben wir eben auch. Laufen wir hier mal entlang mal schauen. Ah, meine Fresse. Stier. Mal eben heilen lassen. Jetzt auch niemand kann man da durchschießen. Boah, du spawnst und kriegst direkt auf die Fresse. Trotzdem liebe ich dieses Spiel. Lauf, du Nutte. Glaubt ihr, man kann mit einer Small oder RPG... ...stirb. Was machst du denn da? Und du? Hm? Macht ihr denn da... ...Gruppenkuscheln oder was? So will ich hier aber nicht. Das werde ich auch unterbinden, meine Freunde. Das kuschelt wird hier nicht. Das kuschelt wird hier nicht. G36C habe ich auch nicht viel gespielt. Wir gucken jetzt mal hier, was ich hier noch so an Waffen habe. Und wir werden einfach mal ein paar Waffen testen. Mal gucken, ob die was für mich sind. Wenn der Feind noch fünf von uns erwischt, sind wir gearscht. Okay, wenn der Feind noch fünf von uns erwischt, sind wir erledigt. Im Eimer. Ja, scheiße. Das soll es dann auch gewesen sein mit dieser kurzen Folge Battlefield 3. Es werden ab und zu mal so Folgen kommen zu Battlefield 3, weil ich Battlefield 3 an sich vom Gameplay her schöner finde. Aber erstmal ist jetzt Battlefield 4 im Vordergrund, weil ich mich darin üben muss. Ich bin ja noch ziemlich am Fame. Bin 13, 16. Nooblike. Aber naja. Mann. Ihr wisst schon, hier vergibt es mir oder so. Also, nee, das ist nicht das Wort, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meint. Haut da rein. Bis zur nächsten Folge Battlefield.